so weiter geht's mit quit und dem ding hier auf geht's was haben wir denn für autos auswahl wir fahren mal was anderes doch der fokus ist immer fokus wir haben kohle genug so auf geht's so 4 rennen hier sind wir nun mit der ersten runde was denkst du ich denke es wird interessant eröffnungs rennen zeigen aus welchem holz ein fahrer geschnitzt ist manche zeigen nerven und halten sich erst mal zurück andere geben von anfang an alles danke kristen es dauert nicht mehr lange und das eröffnungs rennen kann losgehen ja auf geht's 14 fahrer wieder 16 sind es 14 fehlern 14 14 14 15 15 15 15 15 15 Das sind jetzt 6er schon. Das war keine Absicht. Ah, der will uns nicht vorbeilassen, der Kollege. Der möchte uns da nicht vorbeilassen. Der möchte uns da nicht vorbeilassen. Der möchte uns da nicht vorbeilassen. Momentan zwei, das kassiert wieder. Ja, was ich so mache, dass ich jedes Mal vorbeikomme, ne? Jetzt. Jetzt ist die Führung. Letzte Runde. Letzte Runde. Zerteidige deine Führung. Letzte Runde. So, da ist alles groß. Da kann es hinten. So, dann haben wir das erste Gewinn, das führt hintereinander. So, das ist jetzt eigentlich. So. Gut. Lange kann man nicht vorbei da, aber dann klappte das perfekt. Fünf Sekunden am Ende der Führung. Ja. So, nächstes Rennen. Rennen Nummer zwei. Rennen Nummer zwei. So. Geht sofort weiter? Oder geht jetzt weiter? weiter. So. So. Auf geht's. Rennen Nummer zwei. Boah, der Regen vor allem. Nicht unbedingt einfacher. Ja. So. So, geh mal du weg. Zwölf. Ja, das ist schwierig da durchzukommen, weil jetzt alles, was da eng hier gebaut ist. Ja, das ist schwierig da durchzukommen. So. Ja. Chao. Ich hoffe, wir sind dran. Ja. So, schön außen vorbei, jetzt im 8er. Du bist in der Mitte des Feldes und kommst in Runde 2. Ja, der möchte uns nicht ziehen lassen, aber jetzt. Ah. Bitte. Hab ihn. So, ich glaube, dein Teamkollegen gleich. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Renn 2, auch gewonnen. Renn Nummer 3, oder? Ah, das sind die Level da oben, okay. Verstehe ich gerade das. Das weiß ich, was die Zahlen also bedeuten. Das sind hier einfach die Spielerlevel oder die Fahrerlevel. Das sind einige Erfahrungen. 22 hier. 14, glaube ich. Nee, 13. So. Ja, das Rennen jetzt. Willkommen zum heutigen Event, meine Damen und Herren. Kristen, was erwartet uns heute? Oh, ich glaube, das Rennen geht los. Es geht los. Jetzt keine unnötige Straße irgendwo kommen. Dann 30 da. Das ist schon vorbei. Ah, ich... Ich kann nicht mit dir mitziehen teilweise. Ah, dankeschön. Mein Gott. Ja, das hat auch nicht alle. Hat mich schön weggeschossen. Ja, wir haben irgendwo noch die Zähne. Ich komme aber nicht vorbei. Und dann wird es aber abgeschossen, vorbeigemann. Da kann ich auch nichts für. Geh weg. Boah, das habe ich jetzt schon wieder vor mir, ne? So, wir haben noch mal ein bisschen... Oh, da hat sich mal hier so ein Teamkollegen als Windschatten und sich da vorbeikommen an dem einen. Oh, da hat sich den... Oh, da hat sich den Fokus, glaube ich, hier vorne. Um Reifen. Reifenschaden. Letzte Runde. Kämpf dich nach vorne. Ah, ich komme nicht vorbei an dem einen, ne? Ich schaue das Treffchen noch. So, jetzt will ich mal 6. Zeit hier in Folge gewinnen. Da fehlt mir noch dieses eine Auto hier. Hab ihn. So, jetzt will ich mich durchbeißen, die letzten Meter. Yes, 626. Ne, da hat es mich hier so ein bisschen mit dem Reifenschaden, glaube ich. Genau, hier der, ja. Der Nef. So, jetzt rennen. So. Brands Hatch. Der Abfluss. Oh, warum nicht? Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Christen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Für einen Sieg darf man nichts dem Zufall überlassen. Ich achte vor allem auf... So, auf geht's, das letzte Rennen. Platz 16, der Start. Jetzt sind wir gut auf 2. Danke. Ich halte dich auf dem Laufen. Das ist gut. Klar, alle schön hier beieinander. Und einer flugt nochmal außen durch. So, 2 von denen habe ich ja schon rasiert. Jetzt sind wir 11. Momentan. 4 und 4. Und den überlegen. So, jetzt haben wir noch ein kleines Spezi wieder vorne. Weil der sich jetzt versucht, den Golf da zu greifen. Ah, nicht ganz. So, jetzt ist er den Windschatten hier nutzen. Ich höre den Angriff setzen. Ah. Hab ihn aber. 4,6 jetzt. 4,6 jetzt. 5,6 jetzt. 5,6 jetzt. Gernot. Werde mich der Fall mal nicht einig? 9,7 jetzt. 10,7 jetzt. 10,7 jetzt. 10,7 jetzt. 11,7 jetzt. 5,7 jetzt. Da ist jetzt schön davor, dass ich reingehen kann in die Lücke. Ja, der will aber nicht. Drecksack. Das hat mir schöner mitgegeben noch. Wieso konnte ich es aber halten, irgendwie? So, jetzt habe ich mal den. Aber jetzt der Teamkollege versucht, da jetzt noch vorbeizugehen. Aber jetzt habe ich ihn. Komm, komm, ich werde jetzt. Komm, komm, ich werde jetzt. So. Yes, ein Nummer 7 in Folge. Doppelsieg. Schön durchgeführt und Kommen. So. So, sind wir durch. Ja, doppelsieg sogar. Gut. Ja, das Ding. Gucken wir uns dann am Montag an, mit 4 Rennen.